Herzlich Willkommen zum neuen Part von Super Smash Bros. Der letzte Part war ja sehr kurzreismäßig, sage ich mal. So, bei dem Part haben wir jetzt eine Salence. Also du hast eine Salence gemacht, erklär doch mal. Also für jeden Tod gibt es ein Zip des Todes mehr oder weniger von Metzmix oder ich weiß nicht, ob du hast irgendwas anderes da, keine Ahnung. Ja, Metzmix. Ja, okay, dann machen wir es mit Metzmix, egal. Und ich werde jetzt mal einfach das Save, die halbe Flasche, wenn nicht sogar die ganze Flasche am Ende leer ist. Ich hab noch Cola, willst du lieber Cola? Nein, mach mal erst die leer, die haben wir ja noch dazu bekommen, mach mal die erst noch leer. Und danach kommt die nächste Flasche. Wenn es wirklich so weit kommt, Alter, ich werde so brechen. Ich werde das morgen so bereuen. Nur rein, hier war viel. Weil du das hafst jetzt einfach dann. Wenn ich First Track schaffe, dann... Dann kotze ich jetzt echt richtig in die Harte, in die Suppe, weil dann breng ich ja richtig ab. Gar kein angehittet. Easy. Ich würde erst mal 10.000 Twitzer. Gib den ersten Zip. Ah. Es kann lange dauern. Boah. Das war der Erste. Ich hab's hier erst mit. Bereit? Los! Das war krass gewesen, das funktioniert halt. Aber die Map ist halt hart aus jetzt. mit dem ganzen Winden, muss man uns schon sagen. Das ist nicht mehr schön, Alter. Ich frage mich, wie ich so ein Tender fühle, der das auf fucking Sverse spielt. Ja, die wacht ja alle. Huh! Nein! Nein! Nummer 2. Boah. Boah. Habe ich morgen kein Bildschuss, aber das weiß ich auch nicht. Ich werde morgen so einen Spritzstuhl haben. Boah! Scheiße, Alter! So, Nummer 2. Ah, der Nächste. Der Dritte. Boah. Und das ist dann, er macht es freiwillig, ich tue nicht darauf zu nötigen, dass Eckler auf dem Tisch kotzen muss. Was er hoffentlich nicht macht. Ich nötige mich selber dazu, weil ich ne scheiß Gewinn wäre natürlich. Fuck! Huh! Boah! Boah! Pössig Mario... Also sozialcharakter eigentlich. Wer welches zu spielen, Und jetzt wo das mal... die anderen kannst du auch, aber das ist nur eine Vermutung ich glaube, da gibt es eher weniger ich glaube, dass es noch Gegner können Boah! Boah! Was hat mich da gerade getroffen? Ne, jetzt mal Mario Nö, mal ruf hier Die Flasche ist unter Aua Gruppe ändern Ja Die Flasche ist schon zu einem dritten leer Pfff Boah Wähle deinen Kämpfer Mario So, machen wir jetzt wieder den Mario Oh, ich nehme das mit Was ist das hier? Ja, ich nehme das mit Ne, oder? Ne, oder? Ne, oder? Oh Gott Ja, moin Ne, oder? Warten, das geht total easy going Ne, oder? Ne, oder? Ne, oder? Ne, oder? nicht mehr resistenter Boah! Boah! Halt der Maul! Was war das? Ich nehme jetzt wieder den anderen Charakter. Aber. Okay. Nächster Zip. Kein langes drum herum geredet, Alter. Oh, fuck. Hoppala. Was denkt man sonst? Was macht man sonst noch mit? Boah, ich muss mal pissen. Ich bin sehr sehr verziehungsweise. Ich habe mittlerweile schon so viel getrunken. Ich bin sehr verziehungsweise. Fuck. Jetzt nehmen wir zuerst ein paar, der fertig auf. Oh, fuck. Aber ich muss nicht mehr einfach. So, wenn ich jetzt glaube ich jetzt. Wow. Was war das? Alter, 50 Sachen ab, boah, 60 Sachen abbekommen So kann nicht einer mal runterfallen, Gott verfickt Es kommt nur einer Mit einem gebe ich mich zufrieden Langsam kotzt mich das echte an, der Scheiß hier Verpisst euch, Marius Da hatten die Glückwürttemberg Ja, 5 Sachen wieder in mein Face, Alter Wow Wow Ein Lack, Alter Okay Ich glaube, das ist nicht hier für uns so Was ist das Nächste? Sissa, kann auch eine Pause machen Wer glaube, ist sinnvoller? Oh, verschluckt Boah Oh, jetzt werden Pause machen Boah Ich will es jetzt schaffen Fuck, mich soll die mal tief ab Komm, jetzt sind ein paar Maul Ein paar Schellen verteilen Uh Ja Oh Nein, der war gerade runtergefallen, fast Ja, der erste Ich will es konzentrieren So weit waren wir vorhin schon Wenn die am Boden liegen, einfach nochmal treten Und runter Und nicht nur einmal Ein paar Mal Mein Problem ist, wenn einer von hinten kommt, bin ich halt hart am Arsch Und das tun sie meistens Da hatte ich jetzt einfach nur übeles Lack Boah Das war blöd, dass die beiden Boah Boah, da musste ich selber kurz weg Oh Oh Komm, den mag, den packst du Ich glaube an der ist Oh Oh, 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 oh Fick dich, Mario Reckles Yeah So Da haben wir uns gar nicht durchfragen Mein Leben Wie vielter Versuch war das jetzt? Äh, jetzt hab ich mir abattnet Hier hat sieben oder acht waren es Sieben Fick mein Leben Damit bist du jetzt zuerst so Also Wie weit ist denn die Flasche ungefähr leer? So, jetzt machen wir erstmal Pause Ich glaube es Muss man sagen Oh Ich kann die Puffelluft holen Ja, aber warum das so machen? Wir haben mit dem Absackert fertig Ja, was? Wir haben halt diese Absweigung da fertig Und konnten wir das überhaupt Könnten wir ja Mach's mal Probier's mal Ich dauert es hoffentlich nicht so lang Ja, aber noch Und danach machen wir dann Pause Ui 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 Was ist das hier? Ausdauer Krass Das Ding ist ja gerade erst gekommen Was ist gekommen? Ist Ausdauer Hast du gerade freiges halten Ja, ja Jetzt kommt Pummelmi Boah Ne Du greifst nicht an Heute nicht Da hat ja einfach nur eins da Ne, der hat mehrere Angriffe Aber der hat richtig miese Angriffe Da kann ich sogar eins singen Zum Schlafen Der ist dann richtig jetzt Weil da kann ich angreifen in der Zeit Eigene Attrappe Nein Boah Rück gerade im Arsch Ich mach's Was? Wow. Wien ist ein Pops im Maul gegeben. Das liegt immer wieder hoch, das fette Ding. Scheiße, Pummelow fällt ab. Ich hab das schon in Pokémon eh gehasst. In der Serie schon. Ich krieg so Zustände, das hast du noch nicht erlebt. Jetzt gibt's auch... Doch, gerade. Oh! Special Attack und ich bin hart im Arsch. Ich würde es damit bezeichnen, dass ich tot bin. Nein! Aber das war der erste Versuch, Alter. Kopf hoch. Der hat das in. Woh. Bäh. Und da Boah, ich hab gewonnen, weil ich das Schiff zerstört hab, ha ha ha, wuuuuh, luck, und können. Nice, nice. Siehst du das, hast grad gesehen. Ja. Und Brunhofer ist nur ein Kämpfer. Oh, ey, ich könnte jetzt grad schreien, das glaubst du gar nicht. Ha. Hey, Flasche ist in meinem Schalbler. Ja, gut. Damit haben wir den Zweig abgestimmt, und hier wird was Neues verzeiten. Was das ist, das werden wir zum ersten Mal auf dem Wissensbaum. Ich mein, ich muss das mal schauen. Ich hab 29. Was ist denn hier, was ist das denn? Wow. Das ist cool. Ja. Nie schlecht. Immer ein, alter. Okay. Warum nicht? Warum nicht, ne? So, weiter geht's in Super Smash Bros. Ultimate im nächsten Part. Schon mal ein Ninja, alter. Nämlich mit den Mithauern geht's im nächsten Part weiter. Alles gemacht dran. Macht's gut, die Bedeutungspersen. Bis zum nächsten Mal. Und tschau! Sou 여러분들! Be med Svesi Kisco. Erst WaltnM mikrofon. Dissektchen. Tschau! Wsystem! S안� Dale. Da bin ich noch nicht resting die Welt. Sie poolen eine Innける? Noch nicht. Nie kanns ministry. Da bin ich noch mehr. Itux. Comme. Ja, w Nerf Oz. Gäste откladen wird einiger. Vielen Dank.